Hallöchen und herzlich Willkommen wieder zurück bei Quasert mit Sherog. Hi. So, Sherog ist jetzt nun auch fertig mit Basteln. Meinen haben wir ja noch in der letzten Folge fertig gebastelt. Jetzt gucken wir uns mal Sherog sein an. Ein Bastionenpanzer mit Doppelquicket und einer Wasp. Warum hattest du noch mal... Achso, wegen Gewichtsproblem, ja? Warum du jetzt nicht drei Quickets? Okay, wollen wir mal die ganze Schuhe so testen? Mhm. Hast du den richtigen Fahrer drinne? Mhm. Okay. Dann hat er doch... Es gibt bloß eines, die Bulldogge. Was anders bleibst nicht. Naja, kann das trotzdem in den Falschen reingepackt haben. Also, vergessen haben zu tauschen. Zum Löffeln. Oder zu Löffeln, ja. Absichtlich nur zum Löffeln. Ja, ich will ja nicht so armselig sein und mir den Vorteil des Fahrers holen. Ich mach das so ohne. Ja. Yay! Oh, oh! Was, 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 was? Der Hover kommt den Berg hin schon? Was ist denn hier los? Hoch jetzt hier. Also vorne, okay. Seiten, okay. Komm schon! Ne, mach doch nicht. Sag mal, das Matchmaking ist auch noch an, ja? Hm? Ne. Tauert doch jetzt schon wieder lange, würde ich gerade sagen. Äh, ich bin gespannt, was wir hier gebaut haben. Meins hat auf jeden Fall noch einen ganz groben Schnitzer. Okay, was denn? Den, den kann ich jetzt aber jetzt nicht so schnell ausmerzen. Der Gasgenerator muss ganz, ganz schnell woanders hin. Oh, wieso, wo ist er denn? Den siehst du jetzt noch. Wenn der immer frei ist, dann, dann hast du mein Auto entbladert. Ist das eine fette Karre, was du da hast? Ach, Quatsch, das ist klein, klar. Guck aber, sogar der Hover ist, ist schmaler. Hä? Ja, du baust halt zu. Anders. Anders, aha. Nehm, nehm, nehm uns ist schon einer, nehm uns ist schon einer mit, 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 mit. Hab ich schon gesehen. Okay, der hat schon einen kleinen Hit von mir gekriegt. Boah, noch ein Bitrecher da. Und daneben kommt noch einer. Boah, ich treffe heute gar nicht. Gucken wir unser Team an. Ja, ich seh's gerade. Das sieht ja richtig gut aus. Das sieht ja richtig gut aus schon. An mir ist jetzt egal, ich geh jetzt hier rein, hier. Da ist ein brennender Peter. Oh, du Limmel-Boy. Nee, das bringt echt nicht. Ich muss egal, was wir noch wegsetzen. Okay. Das bringt mir keine Punkte. Das ist sowas von, eh mal angeklitzelt in der Filter, das macht man. Komplett. Okay. Oh, so Mäuse am Melken. Ich muss mal. Uiuiuiuiui. Da muss ich ihn jetzt mal schnell nach oben setzen. Oh, oh, das war's für Mick. Das war's für Mick. Ja. Hilfe! Sie umkreisen mich. Alter, wir haben es ja schon wieder, ey, das ganze Team aber schon wieder auseinandergepflückt, ja? Das ist ein Match. Willst du das ändern? Ja, ganz kurz. Geht ganz schnell. Okay. Wir müssen mal ganz kurz. Das wird zwar jetzt Outblade sind, aber... Okay. Ey, das war ja grad schon wieder... Boah. Da schießt du ganz gemütlich, weißt du, auf die Gegner. Denkst dir nichts Böses bei, wenn du drauf schießt, weißt du? Mhm. Und dann kommen sie schon wieder so an. Dann kommen sie so an. Mhm. Na, wo ist denn? Komm her jetzt. Boah. Boah. Gib mir den Gas. Gib mir das Gas. Gib mir das Gas. Gib mir das Gas. Denn das macht Spaß. Na, komm, dreht den noch nicht. Also Executioner fetzt ja auch. Da sag ich ja gar nichts gegen. So, krieg ich den nicht gedreht. Jetzt. Komm her. Jetzt noch irgendwo dahin wird er. Da gefällst du mir zwar ohne, aber das dauert zwar eine Weile, bevor du dann dort sind. Aber dort hinten war's grad wirklich schlecht. Sag's dann einfach Bescheid, wenn du fertig bist. Fertig. Okay. Gifest. Doch nicht fertig. Was? Echt nicht? Ne, ich hab kurz zurückgemacht. Achso. Gott schnell. Oh, ich hab hier denn zu weit vor gesetzt. Na komm. Chirurg, ich bin traurig. Ich. Mein Kaffee ist alle. Dann frag deine Frau, aber die ist ja da. Ne, ist sie nicht. Jetzt. Das dauert noch eine Weile heute. Jetzt haben wir's. Okay. Da gab es keiner so immer noch täglich, aber... Besser geht's nicht, sagst du. Ich... Ja, ich... Ja... Das ist... Na, was denn nun? Da wirst du noch breiter machen. Da wirst du noch breiter machen. Unglaublich, dieser Mensch. Unglaublich. Das ist unglaublich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Damit er dann quasi... Peng machen kann und nichts passiert. Aha. Guck mal, das gegnerische Team ist günstig. Würdest du jetzt sagen. Wir machen auch schon ein weniger. Ja. Darum ist auch... Das hat das... Smashmaking hat das gewusst, weil darum ist auch der Gegner günstiger. Hm... Günstig. Günstig. Oh... Oh, 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 nein. Och, läpp mich doch an die Tasche. Ande Mandrag? Ja, Mandrag hat mir hinten bei der Hohe weggezogen. Jetzt kann ich nämlich nicht mehr herunterschießen. Jetzt kann ich nur noch in den Wolken schießen. Ja, die Mandrag wollte auf mich beschießen. Hm... Wir haben... Wir haben einen Verräter... Wir haben einen Verräter drin in den Spitzel. Ja, ich glaube auch. Guck mal, Sock. Ich kann nichts mehr machen. Ja... Mein Munitionspaket schleift die ganze Zeit auf Erde. Ich kann nichts mehr machen. Ich bräuchte... Vorne müssten mir jetzt hohe abgeschossen werden. Dann... Wird sich wieder ausgleichen. Ach, ist doch jetzt schon kacke. Ich hab noch nicht einen Schuss abgefeuert. Ich kann nichts machen. Ich bin komplett außer Gefecht gesetzt hier. Ich bleibe tapfer. Danke schön, liebe Mandric. Ach... Ja, ich hab einen Treffer gesetzt. Ja, ich krieg zumindest meine 40 Punkte voll. Ich hab mich gerade hier auf seine Kante gestellt, weißt du? Jawoll Ich hab noch mehr als du Das ist gut Ich hab noch siebzehn Lebenspunkte Siebzehn? Ich nehm mehr Aber ich hab wenigstens meine Punkte voll Also meine 40 Punkte hab ich wenigstens gekriegt Alter, immer wieder derselbe Piss, wenn wir aufnehmen Verlieren wir permanent Ist ja zum Kotzen langsam Hm Also langsam ist es wirklich ein Aufnahmefluch Hm Du hast nicht jemand die Testrunden vorne Vorne weggesport Ich hab diesmal keine Testrunden gemacht, ja Und deswegen? Darfst du vielleicht Du kannst es da umgehen Nee, ich wollte ihn grad einfach nur zu schnell außer Gefecht genommen Weil hinten die Mandvik getroffen hat Das war mein Todesurteil gewesen Danach konnte ich kaum noch was machen Nee, ich glaube das Wenn das Auto wieder so schnell platzt, dann fahr ich mit dem anderen Okay Und das gleich nochmal umarbeiten Das bringt gar keine Punkte Weil das war jetzt wirklich ein Nauer Mandvik Treffer und das Ding war komplett auseinandergeblattert Ja, ist er bei mir auch, Mandvik Ja, aber das ist Aber so oder nicht Komplett Nix Kampflos Kabine bloßer Oh na ja gut Das ist einfach der Ich geh den Gasgenerator weg Aber ich brauch den Ich denk's auch schon Ich müsste es dann noch breiter machen Dann wird es wieder funktionieren Hm Hm Seht zwar schick aus Massiv aber Immer Schief angehüstet Dann fällt er auseinandergeblatt Der sieht mehr als massiv aus sogar Da sind schon zwei Bots ja Im Cap bei uns Ja Ich helfe grad mal ein bisschen dem Wilhelm Der Wilhelm Wer ich treffen würde Ja Oh, 1000 Capcans Was sehe ich da hinten? 1000 Capcans Das sieht er da hinten Ja Ja, ich hab mich auch grad zwei hier festgehalten Und? Das war's Hättet er wieder ein bisschen mehr aus also Oder? Ja, wenn sie von vorne kommen ist es egal Achso Es ist bloß Problem Ähm Jetzt ist eigentlich bloß das Problem Das Feuer Wenn ich irgendwo über das Feuer fahre Und dann ist der Macht Hm So passt So geht's schon Aber wie schon gesagt Der Mandvik war wirklich mein übelster Genick hoch Ja gut, aber gegen den Mandvik hat fast gar nichts Das ist ne großartige Haltigkeit Ja, aber ich brab die Ich brab nur so das Feuer vorne Da knallt ich auseinander Das meine ich jetzt Also ich brauche irgendein Das ist das was ich vermitteln wollte Hm Ich hab jetzt ne Weile Stand gehalten Das war gar nicht Sind doch nur noch zwei Die halten uns aber ganz schön auf Trab Muss ich sagen Ne, zwei Hover oder so Hm Jo, einer ist da oben Ich geh mal da hin Okay Toll Jetzt fliege ich hier extra hierher Und dann ist er weg Wo ist der letzte eigentlich? Wo ist der letzte eigentlich? Wo hinten am Cap bei sich Ach da So etwas tief Ja, geht mir hin genauso Ach da hinten ist der Soll grad sagen Der muss ja mal irgendwann aus der Tarnung kommen Ich muss sagen Die brennen den Rädern Das ist Das steck ich irgendein weg Die können aber echt blöse sein Ja, ich weiß aber nicht Das tut mir nicht weh Okay Eher wirklich die pure Flamme Die pure Flamme Ne, wir lassen wir noch Mit der Mütter noch breter Ist mir egal Mit der Mütter noch breiter Und irgendwann passt du gar nicht mehr in deutsche Fabriker hindurch, wa? Das wär aber eine Variante Ich komm da nicht lang Tut mir leid Ich muss da Ich muss den Hover bauen Damit ich wenigstens über den See komme Es tut mir leid Guck mal Präsidentkiller Ein Gegnerteam Oder ich geh das Risiko ein Und setz den Generator auf eine Seite Und wenn die wenigstens weg ist Ist der Panzer dort in der Haie Das wäre auch noch zu gelingen Das kannst du auch machen Na, also ich weiß genau Wenn dort das knallt Aber das wäre eben Der ganze Panzer nicht weg Und ich hab wenigstens Noch mindestens Zwei Waffen Das ist auf jeden Fall Eine gute Alternative Ja Weil das Problem ist Wenn jetzt der Generator knallt Alle Waffen werden immer weg Sonst hab ich vielleicht noch Eine eingebüßt Aber Für zwei ja noch schießen Das Ja, werde ich mal machen Zunächst Da werde ich das auch so machen So umsetzen mal Jetzt werde ich mich noch die Zähne So durchspeisen Mhm Dann denke ich mal Da wird das Problem nicht gelöst sein Weil an der Kabine kann sie liegen Der hat gute Halterpunkte aber Der Generator sitzt so zentral Der Jo Der hat auch eine gute Sprengung Ja Geht er nicht hin Ja, geht er nicht hin Gold sie Schieß ruhig bitte Oha Oha Oh, das hält mich aber Das hat mich auch verfeuert gerade hier Okay Was heißt denn, okay? Ich wurde mit mehreren Schüssen jetzt außer Gefecht gesetzt Okay Oh, war der schlecht Na, du guckst mir ein bisschen was zu Meinst du? Weiß ich nicht, also Ist mein Angebot an dir Du machst Gebote Ah, ist schade, hä? Die Tornung ging ja gerade, hä? Nee, nee, hat leider nicht geklappt in dem Moment Ah, dann nimmst du jetzt die Okay Na toll, eine Rakete ausgewischen Warum machst du das auch? Da war nur der Schreckschuss war das gewesen Ja, genau Jetzt kommt, nee, ist immer noch ein bisschen eine Eine geht immer noch, eine geht immer noch Doch, und die kann man auch noch ausweichen als Hofer Ich darf jetzt, jetzt kommt die große Seite rein Mh, 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 mh Und was sagst du zu meinen Hover-Künsten? Mh... Ja, gelb. Hahaha, gelb? Hahaha, ne passt schon. Ah, an der Leine genommen. An der Leine, na gut, da kann ich nichts machen. Einmal, einmal, einmal Gazi mit Bumble? Einmal Gazi mit Bumble? Einmal zu mitnehmen? Aber nirglos. Oh, hast du wieder gewusst, he? Nächste Nummer 100 Punkte ab! Ne, gibt keine Punkte mehr für. Ohhhhh. Es gibt keine Punkte mehr für. Also? Ne, haben sie geändert. Okay, ist vorbei. Haben sie geändert, es gibt keine Punkte mehr dafür. Naja, gut 1000 Punkte. War jetzt nicht die mega coole Runde, aber ich hab mal überlebt. Genau. Das war das Wichtigste. Ich könnte allen Angreifern gut ausweichen und abhauen. Als ich jetzt diesmal wirklich stets bemühe. Hey, 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 hey. Hast du Angst? Nein. Da war ein bloß Goldenraketen. Die Sandra stürmt. Erst der andere hatte kommt der Nikolaus und Robert. Der Nikolaus? Hm, der Nikolaus. So. Hey. Der Schuss war doch nicht auf Mickey gerichtet, hoffentlich. Klar. Oh, der Robert muss weg. Moment, weg. Ja, hat schon eine weniger. Jop. Und das Ganze. So. So, Nikolaus, weg. Nikolaus. Der Nikolaus. Der Nikolaus, der Nikolaus. Daniel, nein. Ey, 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 nicht hier schubsen. Nicht hier nämlich nach vorne schubsen. Nicht für hinten bleiben. Nur weil du denkst, du bist ein Bot, hä, und darfst dort hier spielen. Dann verkaußen diese, denkst du, das brauche ich ein bisschen hin, oder was? Ah! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Könnte mich aber gerade so noch retten. Oh, oh. Ich muss noch weg von der freien Flugfläche. Oh. 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 Da war einer hinter mir anscheinend. Ein Tsunami-Mensch. Ein Tsunami-Mensch. So, das kann ich endlich mal Scherok mal zugucken. Ich konnte dir noch nie zugucken, ne? Naja, ich hab mich nicht gekonnt. Mal. Wo sind die Wars? Ach, da unter. Okay. Ja, anders ging's nicht. Ach du. Okay, ich hab nur eine Waffe. Komm, Scherok. Jetzt. Oh, die lädt aber lange noch. Ja, ich. Das wird... Der ist gar kein. Das gehört, der kriegt es. Hm. Oh. Ui. Ja, da war ja nicht mehr viel. Ach, viel. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Guck mal, wie viel er noch dran war. Ja, dran war er schon, aber das hat schon brennt. Ich will nicht mehr gar nicht sehen, wie du dich mit sechs Lanzen oder so gehalten hättest. Ey, ich hab den das erste Mal abgefangen, ja, mit den Lanzen. Ich hab nur zwei Hover, zwei Hover hab ich nur gebüßt. Da hat er dich direkt getroffen, anscheinend. Ne, hat er noch nicht. Er ist umgedreht, dann konnte ich, dann konnte ich noch nicht. Der hatte doch fast alles, das gab's, wenn wir da wieder angekommen. Der hatte doch fast alles. Da war er doch fast vollständig. Das war nur ein Streifschuss. Hm. Also. Wenn der nicht gewesen wäre, hätt ich noch ein bisschen mehr schießen können. Das ist eine Hover. Ich hab's jetzt hapfer genommen. Es war nur ein Streifschuss. Hm. Kommt, Schilubi. Ehrlich? Hm. Da brennt er schön. Stimmt. Ja, ich höre mich trotzdem immer wieder doppelt bei dir. Hin und wieder. Ja, ich hab's jetzt zurückgestellt. Aber ich kann's mal noch schnell machen. Ja. Das war's. Hm. So, jetzt. Okay. Ich hab' mich doppelt, ja? Hm. Wenn ich dich dann mutee, dann kann sie ruhig was aus. Okay, alles klar. Leiser geht's dann nicht mehr. Dann hörst du mich nicht mehr, wa? Hm. So, wo fährt denn die Gruppe lang? Ab durch die Mitte? Durch die Mitte ungefähr. Jetzt frag ich mich, warum schießt da eine Manduake hinten? Da ist doch erstmal noch gar nichts. Da kann doch noch gar nichts sein. Ja, ich wusste, dass du ja kommst. Okay, ich mach' dich durch. Hey. Ich hab's genau gesehen, wie war's. Ach, ich hab noch nicht noch Schuss. Hm. Ich, oh. Hab' gesehen. Da, Socke. Da vorne stehen die ersten Gegner. Ja, ich seh' schon. Ich lass' das mal kurz hinregen, aber da war etwas schmerzig. Was, nicht getroffen? Wie geht denn das? Nö? Du hast dich getroffen. Frag doch nicht, du hast dich getroffen. Was ist jetzt? Jetzt hab ich schon. Ja, neben mir ist ein Brutzelau, kann das sein? Ja, deswegen. Ach, scheiße. Oh, sowas feiges. Warten. Ui. Was sagt, ist Alarm in Darm? Das hat lange nicht mehr, ne? Ja. Die haben gleich fertig gecappt. Oh, schön getroffen. Ich mag diese Karte nicht. Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Okay, das ohne Dribbel. Ich hab immer noch alle drei Waffen. Ha, ha. Verbaut. Gut verbaut. Hat der Fall nie gemacht. Hat der Fall nie gemacht. Ja, das ist, wenn das, wenn das, wenn das, das, das Prinzip hat schon mal funktioniert. Jetzt muss ich bloß das Prinzip mit dem Gasgenerator erscheinen. Dann wäre es ein guter Fall, ja. Dann muss ich aber erst mal, das muss ich erst mal noch auf das Kreisbrett. Ey, wo der sich einfach nicht mit sprengen, aber das hab ich auch noch mitgekriegt. Freundchen, ich hab gerade einen Anglern eigentlich anvisiert, ihr habt. Hm, ich geh in die Mitte, ich geh in die Mitte. Da muss auch noch einer sein, wollte ich gerade sagen. Irgendwo, oben, unten. Ne, hier vorne. Da, da ist er. Der Flug habe ich. Der Flug habe ich. Ich muss noch irgendwo einer sein, weil wir nehmen nämlich nicht einen. Ja, da wird er um der Ecke sind. Ja. Na, ich kann mal mitgekommen, oh, den Flug habe ich. Hier ist er, hier ist er andere. So, bitte, ich hab ihn entsorgt. Dankeschön, Socke. Aber mit Wänden, ja, du, ich bin größer, ich brauche Platz zum Wänden. Ich blockiere das, das war schön, Alter. Oh, herrlich. Also, ich habe das eindeutige Executioner-Hover-Duell verloren. Also, ich lebe zwar noch, aber ich hätte es nie gewonnen mehr. Hätte es nie mehr gewonnen. Ne, 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 ne. Gut, aber ich schreibe das Ding nicht ab. Das Ding macht mir eigentlich Spaß. Ne, das macht auch Spaß. Also, wie gesagt, vom Haushalt, es passt. Aber wie gesagt, ich muss irgendwas mit dem Gasgenerator einfallen lassen. Der für den Dieb, so bringt er mir null Punkte. Jutti, meine Freunde. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Mal gucken, was wir da Schönes machen, ne? Murmeln. Murmeln, ja, wir bauen ein Fahrzeug mit Murmeln. So, du hast dich dran gehalten. Ah, ne, keiner hat den Schrank gehalten an den Rad. Keiner hat sich ein Rad dran gebaut. Ein Rad? Ein Rad? Ein Rad? Ein Rad. Achso, das Rad. Ja, nö, hat keiner gemacht. Keiner hat ein Rad. In that Nova, not getting. Keiner hat ein Rad. Keiner hat ein Rad. Das war eine radlose Sendung. Da war es ein bisschen radlos, wa? Das war wieder radlos. Jutti, meine Freunde, haut da wieder rein, ja? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tata. Ich sage, die Zukunft ist nicht definiert. Mein Zukunft ist wie eine Nachtheilung. Keiner nach woanders. Ich weiß nicht, mein Vergangen. Ich muss herausfinden, wer es von mir stole. Und warum. Und dann, ich nehme mein Besten in Hand. wieder.